ja hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen info video zu meiner seite her ja wie ihr letzte woche schon mitgekommen habt ist am mittwoch der hardstone stream ausgefahren ich habe echt probleme an blizzard update ich krieg den eigentlich zum laufen auf dem hauptdechner auch neu installieren bringt nichts wenn ich dann mal neu installieren funktioniert später wenn ich das erste spiel installieren möchte oder suchen möchte dann hängt er sich auf und nach habe ich wieder den agenten der offline ist wo kein spiel anzeigt ich krieg das nicht umlaufen ich habe keine ahnung warum das liegt das haupt plötzlich ich habe mal diese form umgeschaut anscheinend ist gerade in letzter woche bin ich nicht der einzige gewesen das problem hatte wer weiß vielleicht wird sich das plötzlich wieder erklären vorweg habe ich eher einiges um die ohren privat zurzeit mein geschäft und so weiter ich komme einfach kaum zum aufnehmen dementsprechend würde ich sagen ich werde die nächsten tausche ein paar videos ausfahren lassen dementsprechend enttäuscht sein wenn euer video des des auf das ihr gehofft habt oder erwartet haben nicht kommt es kommt bestimmt einfach dann ein paar tage vielleicht später wie auch immer ich muss die daraus zeit nehmen damit ich ein bisschen ordnung reinkriege und danach bin ich wieder wie immer täglich da jo ich hoffe ihr habt verständnis damit und wir sehen uns wieder oder hören uns beim nächsten video bis dann bye bye bis dann Das ist das erste Mal.